Hi meine Lieben, ja, ihr seht heute bei mir zwei verschiedene Augen. Jetzt noch nicht, weil jetzt ist ja noch schwarz-weiß. Wir haben heute zum einen die Bella Beauté Bar Bejeweled Palette ausprobiert und die Twisted Tea Party von Ansley Raine. Ich liebe diese Verpackung übrigens, ich liebe sie. Ich hatte ein bisschen zu kämpfen mit einem Look, aber das Ergebnis ist trotzdem sehr schön geworden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Gebt dem Ganzen super gerne den Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr von diesen Palettenvorstellungen in Schnellformat sehen möchtet. Und ja, dann drücke ich euch und wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.